Jolo Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Daddy Shops. Ich glaube da jetzt schon 235. Folge hintereinander. Und im heutigen Shop haben wir einen neuen Remote, einen neuen epischen Remote, nämlich den saxophonisch für 800 V-Bucks, den werde ich euch natürlich gleich zeigen. Vorher solltet ihr jetzt aber direkt auch an meinem heutigen Gewinnspiel teilnehmen, denn auch heute werde ich wieder 100 Euro verlosen, das heißt also dieses 13.500 V-Bucks Paket hier. Und alles was ihr tun müsst, um diese 100 Euro heute zu gewinnen, ist einfach nämlich als Creator einzutragen, also kurz in den Shop zu gehen und hier Snoxie einzutragen als Creator, das ist mein Creator-Code, einfach nur Snoxie hier eintragen, könnt ihr auch klein schreiben, also so Snoxie ist komplett egal, einfach nur Snoxie hier eintragen und dann auf Annehmen klicken und mir dann ein Foto davon schicken, wie hier oben unterstützender Creator Snoxie steht und mir das einfach auf Instagram schicken, auf Instagram heiße ich Snox, also quasi wieder ohne das E am Ende. Und ja, schon könnt ihr die 100 Euro heute gewinnen, also nehmt jetzt noch unbedingt teil und dann würde ich sagen, starten wir direkt mit dem heutigen Shop, auf der linken Seite ist alles wie gestern, das heißt also wir haben weiterhin den Guanju drin für 1500 V-Bucks, den Skin finde ich nicht ganz so heftig, den Schild, dieses Rücken, als das war hier, finde ich aber trotzdem ziemlich nice, ja, muss also jeder selber wissen, ob sich das für einen lohnt, diesen Skin zu holen, dann haben wir noch im nächsten Slot die beiden weiteren Items vom Set drin, das ist einmal die Hacke für 800 V-Bucks, ich spiel mal kurz den Sound-Up, genau, und dann noch den Gleiter, das ist der himmlische Drache für 1200 V-Bucks, so eine Art Ruderboot, ja, gefällt mir eigentlich ganz gut und da kommen wir schon zum Highlight des heutigen Tages, nämlich dem neuen Emote, er heißt saxophonisch, ist episch und kostet 800 V-Bucks und ich würde sagen, ich spiel ihn direkt mal ab. Ein mega geiler Emote, gefällt mir sehr, sehr gut, diese groovige Jazzmusik, dieses Saxophon, richtig nice, gefällt mir sehr, sehr gut, ähm, 800 V-Bucks ist auch, finde ich, in Ordnung noch dafür, ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr den neuen Emote so findet, ich werde ihn mir jetzt hier direkt mal holen, zack, gekauft, ähm, ja, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr den so findet und falls ihr noch V-Bucks braucht, wie gesagt, hier oben euch den neuen Emote zu holen, einfach nur mich als Creator eintragen, um am heutigen Gewinnspiel teilzunehmen, ihr könnt heute wieder 100 Euro gewinnen, einfach nur Snoxy hier als Creator eintragen und mir das Bild davon machen, wie ihr hier Snoxy eingetragen habt, steht ja auch immer da, wenn man hier drauf geht, dann steht es ja auch unten immer da, mit diesem Kauf unterstützt es Snoxy, einfach nur, ja, eintragen und ein Foto davon schicken hier und ja, schon könnt ihr heute wieder 100 Euro gewinnen und, ja, dann machen wir direkt weiter mit dem Shopper-Skin für 1200 V-Bucks, ähm, hab ich mir persönlich nicht gekauft, vor allen Dingen, weil ich den Backpack nicht so geil fand, da ist auch noch so ein kleiner Anhänger dran, ich zoome mal kurz ran, so ein, äh, pinker Teddybär, aber, ja, insgesamt, weiß ich nicht, gefällt mir das Skin einfach nicht so gut, deswegen würde ich den eher nicht empfehlen, dann haben wir noch als nächstes den Criss-Cross für 500 V-Bucks ein ganz nicer Dance, dann haben wir noch die Battle-Pass-Stufen für 600 V-Bucks, weiterhin 10 Stufen mit 500 XP dazu, ja, jetzt am Ende der Season lohnt sich das auf jeden Fall und dann haben wir noch den Überzeuger, die meiner Meinung nach fast hässlichste Hacke in Fortnite, 800 V-Bucks kostet sie, ich kann sie gar nicht empfehlen, gefällt mir vom Design leider gar nicht und dann haben wir noch im letzten Slot des heutigen Tages die Pfadfinderin drin, für 800 V-Bucks, ja, finde ich ganz in Ordnung, ich finde der Grünton ist eigentlich ganz nice, zusammen mit dieser grauen Hose, ja, ist auf jeden Fall in Ordnung, für 800 V-Bucks kein schlechter Preis und, jo, das war's dann schon zum heutigen Daily Shop, wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst mir natürlich gerne einen Daumen nach oben da, falls ihr neu seid, könnt ihr gerne jetzt noch abonnieren und ich löse auch direkt noch das Gewinnspiel von heute auf, beziehungsweise quasi den Gewinner vom dritten, äh, ich wollte gerade Advents sagen, vom dritten Adventskalendertürchen und der heutige Gewinner kam per E-Mail rein, darüber könnt ihr mir ja auch schreiben, falls ihr zum Beispiel kein Instagram habt, da könnt ihr mir auch per E-Mail schreiben, da könnt ihr auch ganz normal am Gewinnspiel teilnehmen und der heutige Gewinner ist der liebe Bruno, herzlichen Wünsche an dich, du hast heute 100 Euro an V-Bucks gewonnen, ich hab dir auch schon eine E-Mail geschrieben, also schau gerne mal rein und, jo, dann würde ich sagen, herzlichen Wünsche an dich und natürlich viel Glück an alle, die auch heute wieder am Gewinnspiel teilnehmen und, jo, dann könnt ihr wieder jetzt recht zum Abstimmen, wie ihr den heutigen Shop fandet, also top oder flop und, jo, dann habt alle noch einen schönen Tag, einen halbwegs angenehmen Montag, ich weiß, für viele der schlimmste Tag in der Woche und, jo, übersteht ihr gut, bis dann, macht's gut, tschüss!